Die Frau Dr. Rauchberger ist eine exzellente Mischung aus hoher Erfahrung aus der Praxis, aus ihrer Führungszeit in der Wirtschaft und hohen theoretischen Kenntnissen. Die Vorträge von Frau Dr. Rauchberger zeichnen sich durch ihre Authentizität aus, durch ihre frische und Praxisorientierung. Sie versteht es, sowohl den einzelnen Zuhörer als auch eine ganze Gruppe von Personen in den Bahn zu ziehen. Gut, besser, perfekt. Ingeborg Rauchberger, als sie geboren wird, singt Paul Anker Diana bei der Matura Udo Jürgens Griechischer Wein. Sie besucht in Wien die Uni und die Schauspielschule, lebt dann in München und promoviert schließlich in Innsbruck zum Doktor der Rechte. Es folgen spannende Jahre in der Bauwirtschaft, zwei Kinder und vier historische Romane unter dem Namen Sophia Farago. Zwei davon landen auf der Bestsellerliste. Als Prokuristin eines großen internationalen Handelshauses leitet sie den Bereich Recht und Verwaltung und fliegt in alle Welt, um Verhandlungen zu führen. Von London bis Lima, von Kairo bis Peking. Dort hat sie viel fürs Leben gelernt, vor allem, welche Dimensionen Geduld haben kann. Sie beginnt sich auch verstärkt für die theoretischen Hintergründe zu interessieren und absolviert mehrere Trainer- und Coaching-Ausbildungen. Im Jahr 2000 wird sie von einer unabhängigen Jury zur Managerin des Jahres gewählt. Die Leute werden auf sie neugierig, wollen wissen, wer ist sie, was macht sie, was kann sie. Ihre Zeit als Trainerin und Vortragende beginnt. Auch ihre drei Kabarettprogramme wie Männer essen Mars, Frauen karotten werden ein Erfolg. Sie tourt damit durch Deutschland, Österreich und Südtirol. Sie schreibt zwei zeitgenössische Romane als Sophie Berg und hängt die Juristerei an den Nagel. Längst zählen große Seminaranbieter und viele namhafte Unternehmen zu ihren Kunden. Egal ob das Thema Gespräche und Verhandlungen lautet oder Ziele und Zeit oder Reden und Vorträge, die Praxis steht im Vordergrund und ermauert von der grundlegenden Theorie. Sie schreibt an ihrem ersten Sachbuch übers Verhandeln. Als Coach steht sie bei beruflichen Veränderungen, Problemen und Verhandlungen zur Seite. Als originelle Speakerin ist sie oft krönender Abschluss von Events und Firmenveranstaltungen. Sind Sie eine Powerfrau? So eine richtig klassische? Ich habe mich gefragt, was ist denn eine Powerfrau eigentlich? Dann habe ich Woman gelesen. Das bildet ungemein. Und im Woman ist gestanden, eine Powerfrau ist eine Frau, die alles kann, alles macht, alles weiß. Bei Tag und bei Nacht und immer perfekt. Und was sagt Frau Prokuristin Eichinger von der Fachhochschule Oberösterreich dazu? Warum arbeiten Sie gerne mit Frau Dr. Rauchberger zusammen? Frau Dr. Rauchberger ist eine Frau mit einer hohen Fachexpertise, mit internationalen Kompetenzbereichen. Frau Dr. Rauchberger ist aber gleichzeitig eine Frau mit hoher Authentizität, mit sehr viel Humor und sie ist eine Frau mit Handschlagqualität. Und wie ist das Feedback der Seminarteilnehmer, Herr Professor Vogel? Ein Teilnehmer schreibt, ich konnte hier an zwei Tagen viel mehr lernen als in Jahren beruflicher Praxis. Exzellent. Dieses Seminar hat mich persönlich positiv verändert. Ich finde Frau Dr. Rauchberger einfach super und der dritte Teilnehmer sehr praxisorientiert auf den Punkt kommen. Keiner rumschwafeln. Die Vortragende weiß, wovon sie spricht. Und Sie, Frau Dr. Rauchberger, welche wichtigen Fähigkeiten haben Sie? Zu meinen größten Fähigkeiten gehört, dass ich neugierig bin, dass mich Menschen wirklich interessieren. Und daher höre ich auch zu. Und ich kann auch bei den kompliziertesten Geschichten, die man mir erzählt, ziemlich schnell herausfinden, worum geht es wirklich. Musik 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 Vielen Dank.